Häufige Probleme und Fehlerbehebung für Oppo A16, Tipps und Tricks. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch heute, ein neues Video, das die häufigsten Probleme und die Behebung der Probleme im Oppo A16 darstellt. Ich hoffe es gefällt euch, und wie immer abonniere ich den Kanal, und das ermutigt uns um fortzufahren, und nun folgen wir der Erklärung. Ich habe vor kurzem ein Oppo A16 gekauft, aber es gab einige Probleme damit. Heute werde ich es versuchen und durch dieses Video alle Probleme mit diesem Telefon beheben. Ich hoffe, Sie sind mit Ihrem Telefonkauf sehr zufrieden. Hier werde ich versuchen, alle Oppo A16 Probleme vollständig zu beheben. Hören Sie sich das gesamte Video an, bevor Sie Informationen auf Ihr Mobiltelefon übertragen. Häufige Probleme und Fixes für Oppo A16, Tipps und Tricks. Hier ist eine Lösung für einige Probleme, die mit Ihrem Mobiltelefon einhergehen können. Wenn Ihr Telefon mit dem hier aufgeführten Problem übereinstimmt, können Sie es beheben. Problem mit schneller Batterieentladung beim Oppo A16. Wenn Ihr Oppo A16 sehr schnell entladen wird, lesen Sie dieses Verfahren sorgfältig durch und wenden Sie es auf Ihrem Telefon an. Durch Anwenden dieses Verfahrens wird das Problem mit der Batterieentladung behoben. So beheben Sie das Problem mit der Batterieentladung des Oppo A16. Wenn Sie auf Ihrem Oppo A16-Telefon einen Antiviren oder Telefonreiniger installiert haben, dann installieren Sie dann zunächst diese App. Wenn Sie kein GPS benötigen, schalten Sie es aus. Sie sollten die App immer aus dem Play Store selbst herunterladen. Denn die Apps von Drittanbietern enthalten Malware, wodurch der Akku Ihres Telefons sehr schnell leer wird. Behalten Sie immer die durchschnittliche Helligkeit Ihres Telefons bei, 30% minus 60%. Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs. Wenn Sie NFC, Bluetooth oder Hotspot nicht verwenden, stellen Sie immer sicher, dass diese ausgeschaltet sind. Wenn ein Software-Update in Ihr Telefon eindringt, aktualisieren Sie es. Ich hoffe, dass dieses Verfahren das Problem mit der Entladung des Telefonakkus behoben hat. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, bringen Sie Ihr Telefon zu einem Service-Center. Träger und langsame Benutzeroberfläche auf Oppo A16 Wenn Sie ein Oppo A16 verwenden, läuft es langsam. Wenden Sie die von Ihnen bereitgestellten Informationen auf Ihr Telefon an. Durch diesen Vorgang wird Ihr Telefon ordnungsgemäß funktionieren. So beheben Sie die Verzögerungsschnittstelle auf dem Oppo A16. Wenn Sie irgendeine Art von Antiviren oder Telefonreiniger abverwenden, dann stellieren Sie sie. Sie müssen keine Launcher von Drittanbietern verwenden. Verwenden Sie auch kein Thema von Drittanbietern für Ihr Telefon. Sie müssen alle Anwendungen auf Ihrem Telefon aktualisieren. Falls das Telefon über ein Software-Update verfügt, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Verwenden Sie keine Anwendungen von Drittanbietern. Halten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Telefons immer sauber, lassen Sie ihn nicht mehr als 90% ausfallen. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter, etc. Wenn diese Schritte Ihr Telefon nicht repariert haben, setzen Sie Ihr Telefon zurück. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Vorgang. Problem mit mobilen Daten oder Mobilfunknetzen auf dem OPPO A16. Wenn in Ihrem OPPO A16 ein Problem mit den mobilen Daten oder dem Mobilfunknetz auftritt, wenden Sie dieses Verfahren selbst an, und es wird Ihr Problem lösen. So beheben Sie Probleme mit mobilen Daten oder Mobilfunknetzen auf OPPO A16. Entfernen Sie zunächst Ihre SIM-Karte aus dem Telefon und legen Sie sie erneut ein. Schalten Sie den Flugmodus auf Ihrem Telefon für eine Minute ein und aus. Starten Sie Ihr Telefon neu. Setzen Sie Ihren SIM-Zugangsnamen zurück. Einstellung, SIM-Karte und mobile Daten, SIM 1 oder SIM 2, Name des Zugangspunkts, Name des Rücksitzpunkts. Wenn diese Schritte das Problem mit den mobilen Daten und dem Mobilfunknetz nicht behoben haben, sprechen Sie dann mit Ihrem Netzanbieter. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Vorgang. Heizungsproblem im Telefon OPPO A16. Wenn Ihr OPPO A16 ein Heizproblem hat, wenden Sie dieses Verfahren an sich selbst an, es wird Ihr Problem lösen. So beheben Sie das Heizungsproblem beim OPPO A16. Sie sollten Ihr Telefon immer mit dem Originalladegerät aufladen. Während des Ladevorgangs muss die Telefonabdeckung entfernt werden. Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs. Laden Sie das Telefon nicht auf, während Sie das Spiel auf dem Telefon spielen. Verwenden Sie keine Drittanbieter ab, laden Sie die App immer aus dem Play Store selbst herunter. Wenn auf Ihrem Telefon ein Antivirenprogramm installiert ist, dann installieren Sie es. Wenn dieses Verfahren Ihr Telefon nicht repariert, setzen Sie das Telefon zurück. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Vorgang. Android-Apps öffnen sich langsam auf OPPO A16. Das ist bei fast allen Handys das Problem, die App öffnet sich immer langsam. Dieses Problem liegt hauptsächlich am RAM, aber heute werde ich Ihnen sagen, dass Sie auch dieses Problem lösen müssen. So beheben Sie das langsame Öffnen der App auf OPPO A16. Wenn Sie irgendeine Art von Mutab auf Ihrem Telefon haben, dann installieren Sie es. Halten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Telefons immer sauber, lassen Sie ihn nicht mehr als 90% ausfallen. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Pro, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Sie müssen alle Anwendungen auf Ihrem Telefon aktualisieren. Lautsprecher funktioniert nicht auf OPPO A16. Wenn Ihr Telefon-Lautsprecher nicht funktioniert. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie Ihren Handy-Lautsprecher reparieren können. So beheben Sie, dass der Lautsprecher auf OPPO A16 nicht funktioniert. Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, wenn Ihr Telefon im Wasser getaucht ist, legen Sie es in trockenen Reis. Wenn der Lautsprecher Ihres Telefons plötzlich nicht mehr funktioniert, starten Sie das Telefon neu. Wenn der Lautsprecher des Telefons nicht schnell klingelt, überprüfen Sie im Lautsprecher, ob das Wasser nirgendwo hingegangen ist. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft-Reset durch. LAN-Verbindungsproblem oder geringe LAN-Reichweite beim OPPO A16 Wenn die LAN-Verbindung Ihres Telefons nicht funktioniert. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie die Wi-Fi-Verbindung Ihres Mobiltelefons reparieren können. So beheben Sie das Problem mit der Wi-Fi-Verbindung oder dem Wi-Fi-Problem mit geringer Reichweite auf dem OPPO A16. Setzen Sie zunächst Ihren LAN-Router zu Hause zurück. Setzen Sie Ihr Telefon LAN zurück. Entfernen Sie die Handyabdeckung, bevor Sie das LAN verwenden. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft-Reset durch. OPPO A16 schaltet sich unerwartet aus. Wenn Ihr Telefon unerwartet herunterfährt. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie das unerwartete Ausschalten Ihres Mobiltelefons beheben können. So beheben Sie OPPO A16 schaltet sich unerwartet aus. Wenn Sie irgendeine Art von Mood-App auf Ihrem Telefon haben, dann installieren Sie es. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Verwenden Sie das Telefon niemals während des Ladevorgangs. Andernfalls wird das Telefon aufgrund von Überhitzung heruntergefahren. Wenn sich Ihr Telefon plötzlich ausschaltet, gehen Sie zu einem Service-Center und installieren Sie die Software auf dem Telefon. OPPO A16 Bildschirm ist eingefroren oder hängt fest. Wenn der Bildschirm Ihres Telefons eingefroren ist oder hängen bleibt. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie das unerwartete Ausschalten Ihres Mobiltelefons beheben können. So beheben Sie das Einfrieren oder Feststecken des OPPO A16 Bildschirms. Sie müssen alle Anwendungen auf Ihrem Telefon aktualisieren. Falls das Telefon über ein Software-Update verfügt, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Löschen Sie die Cache-Daten aller Apps auf Ihrem Telefon. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Software-Reset durch. Android-Apps und Spiele stürzen plötzlich oder unerwartet auf Ihrem OPPO A16 ab. Wenn Ihre Android-Apps und Spiele plötzlich oder unerwartet abstürzen. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie die plötzliche Absturz der App und des Spiels auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie, dass Apps und Spiele auf OPPO A16 plötzlich abstürzen. Halten Sie alle Apps auf Ihrem Telefon auf dem neuesten Stand. Alle Apps, die plötzlich abstürzen, denn installieren und neu installieren. Falls das Telefon über ein Software-Update verfügt, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Software-Reset durch. Apps, die nicht aus dem Play Store auf OPPO A16 heruntergeladen werden. Wenn Ihre Apps nicht aus dem Play Store heruntergeladen werden. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie, dass Apps nicht aus dem Play Store auf OPPO A16 heruntergeladen werden. Gehen Sie zunächst zum Anwendungsmanager und löschen Sie die Cache-Daten des Play Store und erzwingen Sie dann den Stopp. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Falls das Telefon über ein Software-Update verfügt, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Bluetooth ist nicht mit dem OPPO A16 verbunden. Wenn Ihr Bluetooth keine Verbindung zu anderen Geräten herstellt. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie, dass Bluetooth keine Verbindung zum OPPO A16 herstellt. Entfernen Sie zunächst alle heruntergestuften Geräte, indem Sie zu Bluetooth wechseln. Dann ruf an. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Softreset durch. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Zuschauen und sehe Dich in einem neuen Video.